Das ist TNT-Run. Nein! Ich bin fast ganz unten. Ich hab dich gesehen. Ja, ich bin fast ganz unten. Das ist nicht lustig. Auf zu lachen. Man lacht keine Leute aus, die irgendwo runterfallen. Hallo meine lieben Freunde und willkommen ja mal wieder zu einem neuen Video. Wir spielen jetzt eine Runde TNT-Run. Und wir befinden uns hier wieder in der Rubrik Zocken mit Abonnenten. Und sind heute auf dem Hypixel-Server unterwegs. So wie eigentlich letztes Mal auch schon. Und dabei habe ich den aktivsten Abonnenten auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, es wäre mal ganz cool, wenn der vielleicht mal in der Aufnahme auch dabei sein könnte. Weil ich denke mal, der freut sich erstens. Und zweitens ist es auch ganz lustig, irgendwie hier mit dem aktivsten Abonnenten irgendwie zusammen zu zocken. Also hallo an dich. Hallo. Genau. So. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir jetzt hier kommen. Wahrscheinlich werde ich total failen und sofort runterfallen oder so. Ich bin schon mal runtergefallen, weil es mich geleckt hat. Achso. Notfalls stellen wir uns irgendwie in der Ecke oder so. Und umarmen uns und hoffen darauf, dass es bald zu Ende ist. Nee, weil da, wo du stehst, wird ja alles TNT runterfallen. Nein! Ich bin fast ganz unten. Oh, ich habe dich gesehen. Ja, ich bin fast ganz unten. Das ist nicht lustig. Auf zu lachen. Man lacht keine Leute aus, die irgendwo runterfallen. Nee. Nee, nee, nee. Entschuldigung. Ich wollte es nicht. Ja. Ja. Ich verzeihe dir sogar. Unglaublich, wa? Okay, okay. Noch lebe ich ja. Noch laufe ich. Noch laufe ich. Das ist schon mal... Ah! Die Ton lag auf noch. Jetzt bin ich runtergefallen. Also, wenn einem einer entgegenläuft, dann kann man eigentlich nur noch hoffen, dass... Zur Seite gehen. Genau. Man zur Seite gehen kann, in letzter Sekunde. Ja, genau. Mach ruhig den Boden unter mir weg, Alter. Geht direkt vor mich, der Vogel. Nein! Ich bin in Abbrutt gefallen. Ich bin dort. Lebst du noch? Ja, ich bin noch. Ich sehe dich aber gar nicht. Ich habe das Spiel für immer voll gesucht, halt immer so. Achso, ja, du bist wahrscheinlich auch so gut. Ich habe das jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, in meinem Leben gespielt. Wo bist du gerade? Zufällig? Zweite Ebene. Zweite Ebene. Okay. Wo bist du denn da? Oder wie heißt du nochmal? Rückster. Ich bin da mit dem roten Kuli. Oh ja, genau. Der mit dem roten Kuli. Hallo. Ich beobachte dich jetzt. Achtung, hier trägt jemand. Was ist das? Ja, sei da. Cool. Gut so. Boxers, komm. Die Kiste aber nicht muss das packen. Okay. Gut. Kannst du auch reden beim Jumpen? Oder kann es sein, dass du in Fails? Ja, ja. Okay, gut. Dann erzähl mal den Leuten, wie kommst du dazu, meine Videos zu gucken? Und wie kommst du dazu, die so intensiv zu gucken? Das würde mich mal auch interessieren. Vielleicht auch die Zuschauer, so die anderen Zuschauer, sag ich mal. Ja, also ich hab dich ja von Rio in meinem Video gesehen. Ich fand dich so recht lustig. Hab ich mir dann einen Kanal gesucht. Hab so ein Video, so ein paar Videos angeschaut und fand die so voll lustig. Und deswegen guck ich die auch voll oft an. Okay, cool. Ja, mich freut euch. Es wird cool. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich find das irgendwie voll komisch jetzt hier so. Mit, äh, keine Ahnung. Mit einem aktiven Abonnenten zu quatschen. Das ist voll merkwürdig hier in der Aufnahme. Vor allem, weil du sie wahrscheinlich selbst nochmal anschauen wirst. Ja. Wahnsinn. Du bist aber ziemlich gut, du. Mensch. Unglaublich. Wie viel leben noch? Äh, ich glaube... Drei. Ja, fein. Alter, wie du abgehst. Unnötig irgendwie, aber cool auf jeden Fall. Ja, ich glaub dich kann keiner schlagen, wa? Naja. Beobachte dich hier die ganze Zeit. Hast du gedacht, dass du meiner Aufnahme mal mit dabei sein kannst, hä? Mhm. Hm? Was? Du hast gesagt, hättest du gedacht, dass du mal in der Aufnahme mit dabei sein kannst? Nein! Uh, du bist runtergefallen. Ich bin ganz weit runter. Genau, da war, da war ein Block. Ein Block. Ein Blockloch, da bin ich durchgefallen. Ja, jetzt sind alle tot. Schade. Komm, wir machen noch eine Runde. Ja, an der linke Wand wieder. Hast immer noch nicht geantwortet. Ich hab gesagt, äh, äh, du gedacht hättest, dass du mal bei der Aufnahme mit dabei... Oh, Alter, was ist hier? Warum leg ich so? Was ist das falsch? Nee. Hättest du nicht gedacht? Ja. Nee? Nee. Ich hätt auch nicht gedacht, dass ich... Ich hätt auch... Was? Erzähl. Ich hätt auch nicht gedacht, dass ich da aktuell abonnent bin. Achso, echt? Okay. Ja. Dann linke Wand, unten 5.1. Okay, geh ich drauf. So. Oh, ist eine coole Welt hier. Interessant. Geil. Ja. Das ist, glaub ich, auch hier die gleiche Hot Potato Map, die es auch auf kormc.us gibt. So ähnlich sieht es so ähnlich aus. Okay. Ah. Okay. So, dann gibt es irgendwas, was du erzählen möchtest? Keine Ahnung. Du hast jetzt die Möglichkeit, dann tu das. Und grüße wie immer meine Freunde und so. Okay, die das auch gucken oder was? Ja, die gucken auch, also Pricks. Ja, genau. Ja. Das ist ja der, mit dem du immer rumhängst und so. Ja. Dann grüßen wir Pricks. Real-Life-Kumpel und so. Okay, coole Sache. Ja. Ja. Gut. Gut. Wunderbar. Dann übernehme ich mich jetzt wieder. Und, ähm, ja, ich bin am überlegen, ob ich jetzt ein paar neue Rubriken starte, so ein paar neue Projekte, wie auch immer. Ähm, ihr werdet es im Laufe der Zeit sehen, wahrscheinlich. Ähm. Ach, toll. Weil. Ich bin schon wieder runtergefallen. Wie, du bist schon direkt runtergefallen jetzt, oder was? Ja, eine Ebene. Okay. Aber jetzt werde ich, jetzt werde, jetzt bin ich unsterblich. Jetzt schlägt mich niemand mehr. Das werden wir gleich sehen. Und ihr werdet es, wie gesagt, auf jeden Fall sehen. Uah. Uah. Das ging natürlich gar nicht gleich jetzt, weil da war kein Block mehr. Du, du, du darfst, du darfst nicht sprinten. Das ist... Was? Ich darf echt nicht sprinten? Ja, weil dann bist du langsamer, dann kannst, hast du mehr Zeit und so. Okay. Wenn du nicht sprintest, ist das viel einfacher. Danke für den Tipp. Komm mal so. Immer nur Angst, dass ich die Sprünge nicht schaffe, aber das schaffe ich ja. Guter Tipp. Das wird wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich bringen. Aber du kannst auch Double Jump machen. Also das kannst du einmal benutzen. Echt? Ja, dann sprungst du halt weiter. Das war nützlich, wenn so ein weiter Sprung ist oder so. Okay, stimmt, hast du recht. Habe ich jetzt mal gemacht, das geht da richtig ab. Kann man den nur einmal benutzen, oder was? Ja, nur einmal. Im ganzen Spiel? Ja. Okay, habe ich den hier schon verbraucht, um ihn zu testen. Sehr schön. Eine gute Strategie. Ich habe den auf jeden Fall sinnvoll eingesetzt. Sehr sinnvoll. Und was gab es zu Weihnachten? Ein Handy. Oh, cool. Was hast du eins bekommen? S3. Ich habe auch ein S3 bekommen. Oh, mein S3 bin ich nicht. Ich bin runtergefallen. Scheiße. Immer bin ich unter die Top 8 gekommen, auch wenn das eigentlich voll schlecht ist. Ich bin jetzt der 7er. Oh, Mann. S3 ist cool. Nein. Ist runtergefallen? Oh, komm. Ja. Oh. Schade. Egal. Auf jeden Fall, das waren die runden TNT Run. Das hat mir gefallen eigentlich so. War ganz chillig. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja. Ja. Wie immer. Wie immer. Gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Und, ähm, ja, genau. Wie gesagt, das habe ich auch schon in anderen Aufnahmen gesagt. Wenn ihr Bock habt, auch mal mitzuzocken, könnt ihr auf meinen TS-Komm, den ihr unten in der Videobeschreibung seht. Und wenn ich dann mal Online-Bildung gerade Bock habe, aufzunehmen, dann werde ich euch einfach spontan nach oben ziehen, fragen, ob ihr Lust habt, mit aufzunehmen. Und dann werden wir zusammen eine Runde zocken. Was ihr dann auch immer wollt. So. Und, ähm, ja. Genau. Ihr könnt mich natürlich auch anschreiben, irgendwie oder so. Aber, äh, ich kann nicht garantieren, dass ich antworte, weil ich bekomme in letzter Zeit doch recht viele Nachrichten. Und deswegen machen wir das lieber so. Und wenn ich dann spontaner auf dem TS bin, dann kann ich euch jederzeit dann ziehen. Gut. Dann würde ich jetzt endgültig sagen, bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen und Tschüss. 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal.